Hallo ihr Liegen und herzlich Willkommen zu einer Runde im Arcadmix auf dem MeinBlick-Server. Und ich wollte kurz eine kurze Info geben und ich bin jetzt als erstes von EleGruver. Genau, also warum jetzt keine E-Mails, keine Videos kamen. Es war so, ich hatte... What the fuck? Ich hatte Klausuren und für die musste ich halt lernen und sie auch noch schreiben. Und darum hatte ich keine Zeit. Oh Gott, war das schlecht. Irgendwas zu machen. Ja und nun kam nix. Oh Gott, ich bin grad richtig schlecht mit dem Bogen. Oh mein Gott, das war richtig arm. Richtig arm! Ähm... Oh! Nein! Jetzt trifft er mich auch noch. Ach Gott! Ja, pisst euch! Geht halt beide auf mich, genau! Ja, ist klar! Der steht da bloß so rum, aha! Oh! Oh! Nein! Oh Gott, bin... Ich bin grad zwar richtig schlecht, aber es geht. Äh, ich bin zwar richtig schlecht, aber es geht. Das macht auch schon wieder Sinn hier. Oh! Oh! Toll! Oh! Oh! Ach Mist, jetzt war ich mir natürlich One-Hit, aber ist eigentlich eine gute Stelle! Oder... Ähm, hallo? Willst du mal sterben? Dankeschön! Oh! Nein! Ah, der hat mich natürlich... Ähm... Hä, wo sind die Leute? Leute, Leute! Leute, 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 Leute! Oh mein Gott. Ich kippe jetzt auch. Ach, scheiße. Komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Oh mein Gott. So, jetzt aber. Mal gescheit. Lohl. Das ging mir ein bisschen schnell. Ach komm, ich weiß, du wirst sterben. Nein, nicht ins Wasser. Oh. Ich bin so gut wie tot, wenn mich einer einmal trifft. Ach, scheiße. Das war klar. Alter, jetzt. Das gibt's doch nicht. Lohl. Ja, klar. Spring runter und treff mich. Oh. Nein, jetzt bin ich runter. Oh. Ich muss mal da bleiben. Hallo, ich film. Ja, ich hab gewonnen. Nachdem. Ja, endlich. Das heißt, endlich. Das war ungefähr die dritte Runde, die ich gespielt hab. Davon. Ne, zweite. Aber finde ich ganz nice, dass es nach 20 sozusagen um ist. Ähm. Und, ähm. Ich spiele jetzt, denke ich, einfach nochmal ins Spiel. Und genau, ich hatte drei Klausuren innerhalb von drei Tagen. Da musste ich ein bisschen lernen. Weil ich will ja schließlich auch hier, ähm, nicht durchfallen. Weil dann wird wahrscheinlich gar kein Video mehr von ihm bekommen. Also von daher. Wir machen mal kein Video. Gäh. So. Wie sich diese Fans in der Benjen-Canadian-Plattlaber-Dingster-Boomster-Und dann auch noch den Skin reinmachen müssen. Vor allem Benjen-Canada. Oder ist er das wirklich? Ach, keine Ahnung. Oh ja, schlägt mal. So. Hier kann man sich doch sicher... Oh, oh, scheiße. Hochpacken. Ich probiere es einfach mal. Nein. Okay, so muss ich springen. Na komm. Hier, 15 Sekunden. Äh, 14, was denn? 14 Sekunden geht los, genau. Pixel und zählen. Ach, scheiße, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ich will zu den Piggins hoch. Ah, das habe ich letztes Mal auch gewonnen. Das ist das Spiel. Ach, egal. So. Genau, das Spiel ist es. Dann muss man einfach die anderen runterflagen und oben bleiben und dann läuft es. Los. Oh. Ja, geh bloß auf mich, verpiss dich doch. Los, verpiss dich. Los. Oh, nein, das gibt's doch nicht. Da sterbe ich natürlich wieder als erstes, wo ich... Ich bin gerade am explodieren hier. Ich könnte auch fliegen, ich weiß, aber... Okay. Das ist mein Vorschlag, meine Videos hier. Oh, nein, das ist es. Oh, nein, das ist's. Oh. Oh. Oh, geil. ich finde diese kleinen piggies bringen die sich einfach ein bisschen laut könnte man leise hallo nein was mich mal interessieren würde warte habe ich viele so viel PS ins Raum hat viel nehmen wir das Kalt oder? das ist jetzt schon ein bisschen kalmisch spiel dann noch ein spiel dann schon Kanade vielleicht nicht oder was ich noch strecken konnte grad Spanner und da hab ich mir 1 für über Winterweite solchdings für uns halt gemacht eben halt einfach mal wie es findet und ähm ja genau ich flieg mal ein bisschen weg der ist mir jetzt einfach zu laut und schau von hier oben zu halt da ich müsste die ganze Zeit rumspringen und damit wärs das auch warte mal da leben noch 2 oh Gott kann ja noch ein bisschen dauern uh 2 leben noch los das die scheiß Zeug werfen was was auch immer das grad ist die die dürfen Fleisch das echt über die was 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 kann endlich mal so springen 2 freiwillig das da dort ist es immer der einen schafft immer das ein ja 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 das ist ja schlimm das ist einfach leichter irgendwie habe ich da immer Angst, dass alles kaputt geht bei dem Single Player Let's Play macht ihr ab und zu dann mal eine neue Textur ich überleg euch das dann auch mal macht zum Beispiel für die ja, also könnt ihr einfach mal schreiben, ob ich eine Single Player Let's Play machen soll und ob ihr unbedingt wollt, dass es los ist und ich tue ihr dann mit Verklappen so gut das kann doch nicht so schwer sein guck mal einer springt jetzt aber wie der ist damit nicht 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 eben ich habe nichts von der Seite die war oh Gott LOL siehst du das hat gerade Feuer machen halt, lol und war schon klar, dass der Dings da gewinnt der Atzer, der Dings da gewinnt der war eindeutig besser was ist denn das nochmal wo war man da nochmal, wenn man so ein Cape hat das war nicht mein Con, oder? ich überleg grad, ob das mein war das dieses Jahr gemeincon? ich weiß nicht oder war das irgendwas anders oder kann man die jetzt so machen? ach, keine Ahnung sehr unauffällig die gehören überhaupt nicht zusammen und was kommt denn als nächstes spielen? RADNA KALOZE MONG das klingt gut sollen sich grad überlegen welches RADNA das ist weil da gibt es zwei verschiedene sag mal weil der nicht hat der wirklich die Augen dreh dich mal um das ist doch der das ist der Zerotic Skin ohne Augen sieht das beschissen aus oh Gott er sieht er sieht noch schlimmer als Erdibuy ja pf ja komm in Zoom ja dann spring einfach mal genauer ups so alter wann kann ich nicht mehr schnell laufen so ah das ist das was war nochmal mit der Stone Elks ähm damit kann man sich gleich nochmal hoch teleportieren ich bin mir noch nicht sicher ah genau das war das da ja ne du tust mich jetzt nicht runter weck mich doch ähm zack scheiße nein ach komm schon nein jetzt hab ich das auch noch verkackt ja egal jetzt war es mit diesem kleinen Infovideo einfach mal ich hoffe es ist nicht so schlimm dass ich jetzt nichts gescheites hingekriegt habe und ähm genau schreibt erstens in die Kommentare ob ich ein Single Player Let's Play machen soll zweitens ob ich Together Network unbedingt weitermachen soll und drittens drittens wie er das Design findet und ähm das war's auch dann würde ich sagen viel Spaß noch mit dem Auto Peace out euer 0 gc player LP boah habe ich das Ende verkackt den k 2 1 2 2 2 2 3 3